Und dann würden wir uns die Aufgabe 64 nochmal mit Knoten-Spannungsanalyse anschauen. So, und die Idee der Knoten-Spannungsanalyse wäre jetzt, dass wir mal versuchen, relativ direkt im Prinzip dieses Gleichungssystem aufzustellen und das, was wir vorher machen, ist, wir wandeln halt die Spannungsquellen um in Stromquellen. Also wir haben hier diesen grünen Zweig und hier diesen blauen Zweig und die wandle ich jetzt mal um. Den Rest zeichne ich einfach ab. Also wir hätten hier unten immer noch die Quelle UQ2, zeichne ich mal bis hier rüber, die bis zu diesem Knoten geht. Wir hätten halt diese Stromquelle, die wir da haben und wir hätten diesen Widerstand, den wir da haben. Die bleiben halt gleich. Am Ende interessiert uns der Strom hier I2 durch diesen Widerstand. Da können wir uns dann im Nachgang überlegen, wie wir den dann halt geschickt ausdechnen aus unseren Knoten-Spannungen. So, und aus diesem grünen Zweig, ich zeichne jetzt mal hier noch sozusagen so einen schwarzen hier hoch und mache mal noch in der Mitte diese Verbindung und hier auch so eine Verbindung. So, und jetzt würden wir eben sagen, aus dieser Spannungsquelle mit dem Serienwiderstand mache ich eine Stromquelle mit Parallelwiderstand, der diese beiden Seiten miteinander verbindet. Ja, genau das gleiche, was wir eben bei der Zweipolltheorie gemacht haben. Dann ist das hier immer noch der Widerstand R1 und das hier ist jetzt, die Quelle zeigte in die Richtung nach links, da muss die Stromquelle zur Mitte zeigen. Die nenne ich jetzt IQ1 und diese Quelle IQ1 würde sich genau wie eben ergeben aus UQ1 durch R1. So, und genau so ist das jetzt auf der anderen Seite, auf der blauen Seite, da zeigt die Spannungsquelle auch nach außen, das heißt, die Stromquelle, die muss nach innen zeigen mit dem Strom IQ3, der sich ergibt aus UQ3 durch R3. Und diese Stromquelle hat auch einen Parallelwiderstand und den nenne ich auch einfach R3. So, jetzt ergänze ich mal der Ordnung halber hier noch so ein paar Lötpunkte, die halt kennzeichnen sollen, dass das hier alles wirklich ordnungsgemäß miteinander verbunden ist an diesen Punkten. Und das ist hier immer noch der Widerstand R2 und das ist die Quelle IQ, die hier nach außen zeigt und das ist die Quelle UQ2, die wir auch gern umwandeln würden in eine Stromquelle, aber die wir halt nicht umwandeln können, weil dir halt ein Reihenwiderstand fehlt. Ja, jetzt könnte man sich überlegen, ob man nicht irgendwie mit diesen Widerständen hier, der so einen Reihenwiderstand da irgendwie ranzaubern könnte, aber das lassen wir mal. So, also mit einer Spannungsquelle kann man in den meisten Fällen ganz gut leben. Ja, so und jetzt würde ich eben den Bezugsknoten so wählen, dass der hier an dieser Spannungsquelle anliegt. Also wir könnten den Bezugsknoten hier hinpacken oder wir könnten den Bezugsknoten hier hinpacken. Ich packe den jetzt mal hier hin. Ich sage, das ist der Bezugsknoten, das ist der Knoten 0. Den Knoten in der Mitte, den nenne ich Knoten 1 und den Knoten hier, den nenne ich Knoten 2, sodass diese Knotenspannung, die wir ausrechnen, ja, das wäre jetzt hier die Knotenspannung U1 0 und das wäre die Knotenspannung U2 0. Und weil wir jetzt den Bezugsknoten hier hin gelegt haben und hier den Knoten 2 hin gelegt haben, wissen wir, die Knotenspannung U2 0, die ergibt sich direkt aus der Quellspannung U2. Ja, also die zweite Knotenspannung brauche ich nicht ausrechnen, das ist keine Unbekannte, die kenne ich, ja, das ist diese Quelle. So, und das heißt, wir brauchen jetzt, ja gut, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt angeschickt machen. So, wir stellen jetzt halt mal einen Knotensatz für diesen Knoten hier auf. Ja, so, und damit wir das irgendwie geschickt machen können, nehme ich mal noch, hier, zeichne ich mal hier noch einen Strom ein, durch diesen Widerstand, den mache ich mal in die gleiche Richtung wie diese Knotenspannung. Und hier mache ich das auch so, dass ich den in die gleiche Richtung fließen lasse, sozusagen wie diese Knotenspannung, im weitesten Sinne in Richtung Bezugsknoten. Ja, und den Strom nenne ich mal I1 und den Strom nenne ich mal I3. So, und jetzt stellen wir einen Knotensatz am Knoten 1 auf. Und gucken, also, die, es fließen im Prinzip alle Ströme drauf zu, bis auf der hier, der Strom IQ, der fließt weg. Aber ich schreibe das mal so auf mit ist gleich Null. Also, wir haben IQ1, oder ich versuche mal wieder die Farben zu benutzen. Wir haben den Strom IQ1, der fließt drauf zu. Dann haben wir den Strom IQ3, der fließt auch drauf zu. Das war dieser blaue Strom. Dann haben wir den Strom I1, ah ne, I1 fließt auch weg, I1 fließt weg. I3 fließt drauf zu, genauso wie I2 plus I3. Und der Strom IQ, der fließt auch weg. Minus IQ, das alles ist Null. Das sollten jetzt alle sechs Ströme sein, die hier in der Mitte an diesem Knoten anliegen. So, jetzt haben wir natürlich eine Gleichung mit ganz vielen Unbekannten, oder zumindest mit drei Unbekannten. Das kennen wir ja, das kennen wir, aber die kennen wir nicht. Und jetzt versuchen wir halt, die Ströme zu ersetzen, jeweils durch das Ohmsche Gesetz an den Widerständen. Das machen wir erst mal. Und hier oben setzen wir halt das mal ein. Also für den Strom IQ setze ich ein, das ist UQ1 durch R1. Für den Strom setze ich ein, das ist UQ3 durch R3. Einfach nur unsere Zweipyoterie, unsere Quellenumformung. So, für I1 schreibe ich jetzt, das wäre die Spannung, die über diesen Widerstand abfällt. Das wäre ja U10, ja, U10 geteilt durch R1. So, dann bräuchten wir die Spannung hier hinten, die schreibe ich erst mal auf als Spannung, die vom Knoten 2 zum Knoten 1 fließt. Oder aber nicht, die Spannung fließt natürlich nicht, die Spannung, die halt anliegt. Also vom Knoten 2 zum Knoten 1, U21. Also das wäre U21 geteilt durch R2. Dann hätten wir noch plus U21, das ist ja die gleiche Spannung, geteilt durch R3. Und minus IQ ist gleich 0. So, jetzt würden wir im nächsten Schritt mal diese Spannung hier, das ist ja praktisch eine Zweigspannung, diese Zweigspannung ausdrücken durch diese beiden Knotenspannungen. Also U21, die Spannung vom Knoten 2 zum Knoten 1 kriege ich ja auch raus, nämlich U20 minus U1 0 rechne. Weil das einfach der Maschensatz hier unten wäre. So, und die Spannung U2 0, die weiß ich ja schon, das wäre halt UQ 2 und dann minus U1 0. So, wenn ich jetzt das nehme und hier und hier einsetze, dann habe ich eine Gleichung, in der nur noch eine Unbekannte vorkommt, nämlich das U1 0. Und dann kann ich das nach dem U1 0 umstellen, das U1 0 ausrechnen und dann kann ich das U1 0 sozusagen hier oben einsetzen, dann kriege ich das U2 1 raus, dann kann ich das U2 1 einsetzen, dann kriege ich das I2 hier raus. Ja, das I2 ist ja das, was wir am Ende mal wissen wollen. Das wäre halt U2 1 geteilt durch K2. So, und jetzt mache ich das. Also ich setze jetzt das hier ein, was wir gerade gesagt haben. Und als Trick 17 mache ich jetzt noch was anderes. Ich schreibe immer, anstatt 1 durch R1 schreibe ich halt, das ist G1. Und anstatt 1 durch R2 schreibe ich halt, das ist G2. Und anstatt 1 durch R3 schreibe ich halt hin, das ist G3. Einfach um mir diese unsäglichen Doppelbrüche zu sparen. So, also steht da UQ1 mal G1. Dann steht dort UQ3 mal G3. So, dann steht minus U1 0 mal G1. So, jetzt, ja, also jetzt setze ich das ein, dann steht da UQ2 mal G2. Minus U1 0 mal G2. Ja, das Minus hier eingesetzt. Jetzt haben wir diesen, die haben abgeschrieben. Jetzt haben wir das Gleiche nochmal mit G3. Also plus UQ2 mal G3 minus U1 0 mal G3. Minus UQ ist gleich 0. So, und dann müssen wir das mal ein bisschen ordnen. Und holen mal, ein bisschen scrollern kann ich hier noch. Jetzt sammeln wir alles mit U1 0 zusammen und lassen das auf der Seite. Und alles, was irgendwie fest ist, holen wir auf die andere Seite. Also auf der anderen Seite steht dann ein IQ. Das haben wir jetzt hier gedanklich weg. Dann haben wir UQ2 mit G3 und G2. Also ein Minus UQ2 mal in Klammern G2 plus G3. Ja, dann habe ich diesen Teil weg und diesen Teil weg. So, und dann haben wir noch ein, ja, hier Minus und Minus. Ich schreibe das mal der Übersichtlichkeit halber in den Farben ab. Minus UQ1 mal G1 und Minus UQ3 mal G3. So, und dann haben wir diesen Teil und den Teil hier vorn auch weg. Und jetzt müssen wir noch die Sachen mit dem U1 0 ordnen. Und dann steht halt da, das wäre U1 0 mal, naja, und ich schreibe jetzt mal das Minus davor. Und dann steht da halt G1 plus G2 plus G3. Ja, so, ja, im Prinzip kann man das jetzt so lassen. Ich würde jetzt vielleicht einmal der Schönheit halber und um es ein bisschen besser nochmal erklären zu können, einmal die Vorzeichen umdrehen, weil wir ziemlich viele Minusse haben. Also, ich mache jetzt mal hier ein Plus draus und hier ein Plus und hier aus dem Minus ein Plus und aus dem Minus ein Plus und schreibe hier vorne ein Minus davor. Ich habe jetzt alle Vorzeichen einmal umgedreht. Bei UQ2 auch. Und bei UQ2, glaube ich, stand das vorher als ein Minus. Das lasse ich jetzt wieder als Plus. Ja, weil das war ja hier mal positiv und hier positiv. Das war dann hier negativ und da habe ich jetzt Plus draus gemacht. So, jetzt können wir halt mal gucken. Also, hier steht ja jetzt irgendwie diese Knotenspannung an dem Knoten 1. So, und dann stehen hier die Leitwerte G1, G2, G3. Das sind auch dann tatsächlich die Leitwerte, die halt an diesem Knoten angeschlossen sind. Also, an dem Knoten angeschlossen ist G1, G2, G3. Deswegen passt das irgendwie. So, und hier drüben stehen die Quellen, die an diesem Knoten angeschlossen sind. Ja, so, und da haben wir halt die Quelle IQ, die fließt weg. Deswegen steht die mit einem Minus da. Ja, und das hier war ja mal die Quelle, kann ich ja wieder sozusagen so zusammenfassen, das war ja mal die Quelle IQ1. Die fließt auf den Knoten zu, deswegen ist die positiv gezählt. Und das hier war mal die Quelle IQ2, die fließt auch auf, nee, halt IQ3, die fließt auch auf den Knoten zu. Deswegen ist die auch positiv gezählt. Die fließen beide auf diesen Knoten in der Mitte zu. So, und dann, naja, haben wir halt noch das IQ2 mal G2 plus G3. Das ist, ne, also wie ich sage, diese Quelle, die halt irgendwie gedacht über diese beiden Widerstände immer noch auf diesen Knoten hier drauf zufließt. Und, also das passt auch irgendwie, ne, das ist halt diese Quelle, die, die Quelle ist über diese beiden Widerstände indirekt irgendwie an diesen Knoten auch angeschlossen. So, naja, und das können wir jetzt nach U1,0 umstellen und können das halt hier, hier oben einsetzen. Das mache ich jetzt mal so noch einmal. Also, wenn wir die Formel hier unten umstellen nach U1,0, kommt daraus U1,0, wäre eben dieser ganze kleine Ratsch, der hier steht. So, und jetzt, ja, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, das nochmal irgendwie so ein bisschen anders aufzuschreiben, ein bisschen anders zusammenzufassen. Wir haben hier IQ2, IQ1, IQ3. Ah, ich lasse das einfach so. Also, ich fange mal an. Also, UQ1 mal G1. Ich bleibe jetzt in der gleichen Farbe. Plus UQ3 mal G3. Plus UQ2 mal G2 plus G3. Also, Moment, das gepellt mir jetzt nicht. Jetzt, da ist es ein bisschen zu konfus. Also, machen wir mal einen schönen langen Randstrich. Und ich schreibe mal das unten ab, das ist einfach. Da steht G1 plus G2 plus G3. So, und über dem Bruchstrich, ich bleibe mal doch, weil das der Übersichtlichkeit halber ja nicht schadet in diesen Farben. Also, da steht UQ1 mal G1. Dann steht dort UQ3 mal G3. Und dann steht da noch plus UQ2 mal in Klammern G2 plus G3 und minus IQ. Einfach das hier unten abgeschrieben. Ja, das durch das geteilt. So, das ist das U1, 0. Und das setzen wir jetzt hier ein. Und dann schlussendlich müssen wir noch durch R2 teilen. Oder ich könnte halt hier auch schreiben, das ist ja das Gleiche wie mal G2. So, und jetzt probiere ich das halt mal hier oben gleich alles umhin zu schreiben. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das hier noch miteinander verrechnet und verheiratet bekommen. So, also, ja. Letztendlich ist die Aufgabe wieder fies, weil wir halt keine Zahlenwerte haben. Ja, wenn wir Zahlenwerte hätten, können wir Zahlenwerte einsetzen, wenn wir so ein Zahnstück haben. So, also um jetzt UQ2 minus das zu rechnen, müsste ich ja UQ2 eigentlich auch erstmal mit diesem Bruch hier irgendwie erweitern. Ja, also ich müsste halt sagen, ich habe jetzt halt ein UQ2 mal G1 plus G2 plus G3. Ich habe jetzt das UQ2 mit dem Nenner hier erweitert, damit das halt passt. So, dann kann ich halt hier den Nenner übernehmen, G1, G2, G3. Hier hinten rechne ich jetzt, anstatt des durch R2 rechne ich einmal G2. Ja, so, und jetzt gucken wir, jetzt müssten wir hier noch Minus rechnen. Also hier muss ich ja jetzt alle Vorzeichen umdrehen. Ja, in dem. So, ich fange mal hier hinten an. Also aus dem Minus IQ mache ich ein Plus IQ. So, dann gucken wir mal, aus dem UQ1 mal G1 mache ich ein Minus. UQ1 mal G1. Aus dem UQ3, G3 mache ich ein Minus. UQ3 mal den Leitwert G3. So, und jetzt würde ja hier auch ein Minus stehen an der Stelle. Ja, und jetzt kann ich gucken, also ich habe ja hier schon UQ2 mal G1 plus G2 plus G3. Und jetzt rechne ich Minus UQ2 mal G2 plus G3. Also kann ich hier das einfach wegstreichen. Ja, dann spare ich mir das jetzt, um nochmal aufzuschreiben. So, und dann ist das doch eigentlich wahrscheinlich schon ganz nett. Jetzt muss man sich halt mal überlegen, was jetzt hier steht. Also hier steht jetzt, und vielleicht kann ich jetzt wieder ein bisschen hochscrollen. Und dann habe ich da drüber vielleicht noch Platz, um das, ja, könnte sogar passen, um das jetzt nochmal ordentlich aufzuschreiben. Ich nehme jetzt mal grau und mache mal hier so ein bisschen, klicke mal hier so ein bisschen rum. Also anstatt G1 könnte ich ja schreiben, das ist 1 durch R1. Ja, und hier schreibe ich auch, das ist 1 durch R1. Und das ist 1 durch R2. Und das ist 1 durch R3. Das hier ist auch 1 durch R1. Jetzt setze ich hier, so wie hier, die ganzen Leitwerte wieder rückwärtig ein. Das ist 1 durch R3. Und das letzte ist auch 1 durch R2. Und dann sieht das alles total fies aus, weil ich jetzt wieder ganz viele Doppelbrüche habe. So, und jetzt mache ich einfach als Trick 17, ich rechne oben und unten, ich erweitere alles mit mal R1 mal R2 mal R3 über dem Bruchstrich und unter dem Bruchstrich auch R1 mal R2 mal R3. Ja, um diese Doppelbrüche loszuwerden. So, und das Ergebnis schreibe ich jetzt hin. Also das ist jetzt die Idee, I2 ist gleich. So, langer Bruchstrich. Schöner, gerade Bruchstrich. So, fangen wir mal unten an, unten ist am einfachsten. Jetzt steht hier 1 durch R1. Das erweitere ich mit R2, R1 mal R2 mal R3. Dann kürze ich hier vorne das R1 weg. Es bleibt R2 mal R3 über. Schreibe ich ab, R2 mal R3. So, dann habe ich im nächsten Term, da kürze ich genau das R2 weg. Es bleibt R1 mal R3 über, plus R1 mal R3. Und dann habe ich halt hier das 1 durch R3. Da kürze ich das R3 weg. Es bleibt plus R1 mal R2 über. Können wir uns erinnern, sieht bekannt aus, sieht schon mal gut aus. Können wir schon mal so ein halbes Häkchen unten hinter machen. So, jetzt müssen wir halt über dem Bruchstrich schauen. Also über dem Bruchstrich haben wir ein 1 durch R2 zu stehen. Das kürze ich mit dem R2 hier weg. So, das heißt, über dem Bruchstrich bleibt jetzt nur noch ein R1 mal R3 zu stehen. Hier vorne haben wir UQ2 durch R1 mal R1 kürze ich das R1 weg. Also haben wir UQ2 mal R3. Genau das Gleiche haben wir hier bei dem UQ1 mal 1 durch R1 kürze ich das R1 weg. Es bleibt ein R3 über. Also haben wir hier oben UQ2 minus UQ1. Das war mal das grüne UQ1 mal R3. So, dann haben wir noch ein Plus IQ. Das ist nur mit dem IR1. Also Plus IQ mal R1 mal R3 multipliziert. Und hier hinten kürze ich das R3 mit dem R3 weg. Es bleibt ein Minus UQ3 mal R1 über. Minus UQ3, das war mal das blaue UQ3 mal R1, weil sich das R3 wegkürzt. So, und das sollte jetzt wieder ziemlich präzise die Formel sein, die, wenn ich jetzt hier in die Ergebniskontrolle reingehe, die wir auch vorher da hatten für die Aufgabe 64. Ja, das ist genau das, was hier steht. Jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Reihenfolge, was im Zähler und Nenner hingeschrieben. Aber rein prinzipiell ist das genau die gleiche Lösung und genau das gleiche Ergebnis. Und wie gesagt, im Endeffekt die Elektrotechnik ist spätestens hier unten eigentlich vorbei. Ja, oder sozusagen spätestens eigentlich an dieser Stelle, wenn ich jetzt hier Zahlenwerte hätte für die Widerstände, für die Spannungsquellen, könnte ich das alles einfach einsetzen. Da würde ich hier rauskommen, keine Ahnung, U1, 0 sind 2 Volt, dann würde ich die hier einsetzen, dann würde ich hier auch 4 Volt minus 2 Volt sind 2 Volt, würde ich die 2 Volt hier oben einsetzen, 2 Volt durch 2 oben ergibt 1 Ampere und dann hätte ich da irgendwie den Strom raus. Wenn man Zahlenwerte hat, ist das halt deutlich einfacher. Aber, also vielleicht ist das ja auch nochmal so die Motivation, manchmal hat man halt einfach keine Zahlenwerte. Ja, und wenn man halt keine Zahlenwerte hat, dann, weil man könnte jetzt immer sagen, warum soll ich so Netzwerkberechnung lernen? Am Ende kann ich das alles in LTSpice eintippen und da das Schaltbild malen und das rechnet mir halt immer was aus. Ja, prinzipiell schon, das geht aber halt nur, solange ich halt Zahlenwerte habe. Wenn ich keine Zahlenwerte habe oder die Aufgabe halt so ein bisschen andersrum ist, ja, ich, was müsste ich denn für einen Widerstand einsetzen, zum Beispiel, damit halt dieser und jene Strom rauskommt, ja. Da muss ich das ja irgendwie halt durch Formeln aufschreiben, durch Formeln beschreiben können. Zumindest, sage ich mal, für so einfachere Schaltungen. Und dann ist es halt nicht verkehrt, wenn man das noch irgendwie so hier in ein paar Formeln fassen kann, weil, ne, die Formel sieht jetzt hier kompliziert aus, aber da liegt ja auch ein großer Wert in solcher Formel drin, so wie wir jetzt hier diese Formel haben hier am Ende. Weil hier kann ich ja genau gucken, von was hängt denn dieser Strom hier an der Stelle wie ab, von welchen Parametern, ne? Also wenn ich die Spannung UQ2 größer mache, wird der Strom halt größer werden. Wenn ich die Spannung UQ1 größer mache, wird der Strom im Normalfall kleiner werden, weil ja dann Minus davor steht und so weiter und so fort. Also in so einer Formel sehe ich halt sehr schön, wie Ströme, Spannung, was auch immer, Leistung, je nachdem, was ich halt ausrechne, irgendwie von den Parametern, von den Quellen, von was auch mal abhängen. Wenn ich einfach nur Zahlenwerte habe, weiß ich das halt nicht. Also klar, kann ich das dann für 100 Zahlenwerte simulieren und ausrechnen, dann sehe ich da vielleicht auch irgendwie einen Zusammenhang. Aber zum Beispiel, ob irgendwas linear, quadratisch, wie auch immer abhängt, das sieht man halt an so einer Formel sehr schön.